So, eventuell letztes Video für heute, weil das wird bestimmt bis 2.30 Uhr gehen. Am 5. September 1982 verschwand der damals zwölfjährige Johnny Gosch beim Zeitungaustragen spurlos. Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein normaler Vermisstenfall wirkt, ist in Wahrheit eine Aneinanderreihung von äußerst mysteriösen Ereignissen. So ist sich zum Beispiel Johnnys Mutter Noreen sicher, dass Johnny noch lebt und dass er sie vor ein paar Jahren sogar besucht und mit ihr geredet hat. Ich kann euch an dieser Stelle bereits versichern, dass das Verschwinden von Johnny Gosch einer der merkwürdigsten und mysteriösesten Vermisstenfälle ist, die bisher auf diesem Kanal behandelt wurden. Und nach dem heutigen Video wird dieser Fall euch mit Sicherheit auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Elias, Dankeschön für die 10er-Donation. Vielen, vielen, vielen Dank, Bruder, für die 10er-Doni. Elias, liebe deine Streams. Bruder, kuss, 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 kuss. Ey, Jungs, mir macht das sehr viel Spaß. Mir macht das sehr viel Spaß mit euch, wirklich. Ah, ist gerade sowieso Werbung. Wir warten kurz. Vielen, vielen Dank, mein Bruder, wirklich. Es macht mir selber auch sehr viel Spaß. Was soll ich denn machen, Jett? Ihr denkt, ich mache mit Absicht Werbung. Ich schwöre, mache ich nicht. Oh, meine Beine sind doch am Arsch, Alter. Ah, durch meinen Vater, Falkau. Digga, wahrscheinlich letzte Folge folgt. Ich bin echt gespannt. Ja, Jan, eigentlich fast jeden Tag. Vier bis fünfmal die Woche. Ah, mit 6-1 ein geiles Spiel zuzugucken. Immer treibt nicht Top-1, Tüch. Aber danke, Brudi. Z-Logs. Manche werden vielleicht denken, er bedankt sich extra so oft und so. Aber ohne euch wäre ich nichts. Was soll ich sagen? Es ist doch normal, dass ich mich bedanke. Muss ich. Wenn ich es nicht machen würde, dann wäre ich ein arroganter Schnüsel. Skandalien, das. Da waren wir noch nicht fertig. Stark. Freut mich, ich schwöre. Was laberst du? 3 von 12. Was laberst du? Was laberst du? 3 von 12. Übertreibs nicht. Niemal 3 von 12. Übertreibs nicht. Bopisch, küsst dein Herz. Ist fertig? Halt deine Schnurze und nicht kassi das. Hahaha. Mach weiter Schritte. So, let's go. Viel Spaß, Jungs. Genießt es. Es war Spaß, Mann. Niklas ist mein Modding. Den kenne ich schon lange. Gerwirutz. Dankeschön für den Zap. Kuss, kuss, kuss. Liebe geht raus. Bevor wir aber mit dem Video beginnen, möchte ich euch kurz noch einmal BookBeat vorstellen. Aber! Sorry, Brudi. Ich schwöre, ihr hört es auch, oder? Entweder über die Vorschläge, die Kategorien, oder Ich glaube, Föhn wurde bei mir angemacht. Digger. Moment. Was soll das? Oder die gezielte Suche nach Büchern, oder Das Leben von Johnny Gosch. John David Gosch, von allen nur Johnny genannt, wurde am 12. November 1969 in West Des Moines, einer Stadt in Iowa, geboren. Er wuchs zusammen mit zwei älteren Halbgeschwistern bei seiner Mutter Noreen und seinem Vater Leonard John Gosch auf. Noreen hatte eine schwierige Zeit hinter sich. Sie war vor ihrer Ehe mit Leonard bereits einmal verheiratet gewesen. Ihr damaliger Mann erkrankte an Krebs und während die kleine Familie all ihre Kräfte in die Behandlung der Krankheit setzte, wurde Iowa von einem riesigen Tornado überrollt. Dabei wurde das Haus von der Familie völlig zerstört. Noreen selbst schaffte es, sich aus den Trümmern zu befreien. Aber es vergingen furchtbare Stunden, in denen sie davon ausgingen, dass ihre beiden Kinder dem Tornado zum Opfer gefallen sind. Glücklicherweise gelang es den Helfern aber doch noch, die beiden lebendig zu finden. Nur zwei Monate nach diesem Vorfall verlor Noreens Mann den Kampf gegen den Krebs. Daraufhin verbrachte Noreen einige Zeit alleinerziehend, bis sie Leonard John Gosch kennenlernte, ihn heiratete und kurze Zeit später Johnny zur Welt brachte. Gemeinsam lebten sie in einer behüteten Wohngegend in West Des Moines. Johnnys ältere Halbschwester ging bereits aufs College und war daher nur selten zu Hause, aber mit seinem Halbbruder verbrachte er viel Zeit. Johnny selbst wurde von allen als herzensguter Junge beschrieben. Er war sehr verantwortungsbewusst. Ihm wurde schon früh beigebracht, dass er für das, was er haben möchte, arbeiten muss. Und so kam es dazu, dass Johnny einen Job als Zeitungsjunge in der Nachbarschaft annahm. Denn er wollte sich unbedingt ein Dirtbike kaufen, um damit mit seinen Freunden durch die Gegend zu fahren. Jeden Sonntag zog er von da an beim Morgengrauen mit seinem kleinen Bollerwagen los, lud die Zeitungen ein und verteilte diese in der Nachbarschaft. Begleitet wurde er dabei stets von seinem Vater. Das Geld, das er verdiente, sparte er verbissen in seinem Sparschwein, bis es irgendwann endlich soweit war und er sich seinen Traum von einem neuen Fahrrad erfüllen konnte. Seinen Job als Zeitungsjunge behielt er im Anschluss allerdings, da er das zusätzliche Taschengeld auch so sehr gut gebrauchen konnte. Am 4. September 1982 verbrachten die Goschs einen schönen Abend mit ihren Nachbarn. Es war ein Samstag und einer der letzten wirklich warmen Tage des Jahres. Die beiden Familien hatten sich im Garten der Goschs getroffen, um dort zu grillen. Als sich der Abend dem Ende neigte, forderte Noreen ihren Sohn gegen 22 Uhr dazu auf, ins Bett zu gehen. Johnny nickte, ging in Richtung seines Zimmers und kehrte dann noch einmal zurück zu seiner Mutter. Er fragte sie, ob er am morgigen Tag die Zeitung einmal alleine austragen dürfe. Er war mittlerweile zwölf Jahre alt und kannte die Route so gut, dass er sich zutraute, den Weg ohne die Begleitung seines Vaters zu beschreiten. Leonard bekam das Gespräch mit und pflichtete seinem Sohn bei. Er verhielt sich beim Zeitungsaustragen stets vorbildlich und daher könne er die Strecke auch alleine gehen. Ein Riesenfehler, ein... Aber Bruder, wie kann denn auch genau bei diesem einen einzigen Mal was passieren? Ich verstehe es nicht. Doch Noreen zögerte. Sie machte sich zu große Sorgen bei der Vorstellung, dass ihr Sohn bei der Morgendämmerung allein durch die Straßen ziehen würde. Daher sagte sie Johnny an diesem Abend, dass er nicht alleine ging. Bravo, Mutter. Gut so, Noreen. Gut so, Noreen. Verantwortungsbewusst. Dürfer. Dieser schien es hinzunehmen und ging anschließend hoch in sein Zimmer. Doch nur wenige Minuten später kam er noch einmal herunter, lief zu Noreen und umarmte sie. Dabei sagte er Mama, ich werde dich immer lieben. Du bist die Beste. Hä? Mein Bruder, hör doch mal auf, Bruder. Hä? Warum kommt denn das jetzt schon wieder? Warum denn, Bruder? Als ob er was plant oder so. Mann, bitte nicht, Johnny. Dieser Abschied sollte Noreen nicht nur wegen der lieben Worte im Kopf bleiben, sondern vor allem deswegen, weil es das letzte Mal sein sollte, dass sie ihren Sohn sah. Am Morgen des 5. Septembers 1982 stand Johnny Gosch zeitig auf. Er frühstückte kurz und machte sich im Anschluss gegen 5.45 Uhr mit seinem Bollerwagen und Gretchen, dem Dackel der Familie, auf den Weg, um die Zeitungen auszutragen. Also hat er es doch gemacht. Ach, Bruder. Ach, Johnny. Mach, Johnny. Hör doch mal auf deine Mutter, Johnny. Warum musst du das machen? Wenn deine Mutter dir sagt nein, dann höre auf deine Mutter. Warum? Er ging allein. Sein Vater sagte aus, gesehen zu haben, wie Johnny aufstand und sich fertig machte. Ob er ihm erlaubt hatte, die Zeitung alleine auszutragen, oder ob er nicht mitbekam, wie Johnny das Haus verlassen hat, ist unklar. Hier widersprechen sich die Quellen. Obwohl es noch leicht dunkel war, als sich Johnny auf den Weg machte, gaben mehrere Zeugen an, den Jungen mit dem Bollerwagen gesehen zu haben. Zunächst musste Johnny zu einem nahegelegenen Ablageort, wo er die Zeitung einsammeln und in seinen Bollerwagen packen musste. Dafür nahm er eine Abkürzung durch die Gärten der Nachbarn, denn so sparte er sich einige Meter und Umwege. Die Anwohner hatten sich damit abgefunden, dass der Zwölfjährige durch ihre Vorgärten marschierte. Und auch an diesem Sonntagmorgen wurde er von einigen dabei beobachtet. Als Johnny auf den Ablageort zuging, befand sich dort bereits der 16-jährige Mike Seskes. Er trug ebenfalls Zeitungen aus. Dabei fiel ihm ein Auto auf, das in diesem Moment erst an ihm und dann an dem noch etwa 100 Meter entfernten Johnny vorbeifuhr. Der Wagen stoppte einige Meter hinter Johnny. Der Fahrer fuhr anschließend im Rückwärtsgang zurück auf seine Höhe und kurbelte die Fensterscheibe herunter. Oh mein Gott. Johnny unterhielt sich kurz mit ihm. Daraufhin machte er eine 180-Grad-Wende und fuhr davon. Man geht davon aus, dass der Fahrer Johnny nach einer Wegbeschreibung gefragt hatte. Johnny ging anschließend weiter zum Ablageort und lud die Zeitung in seinen Bollerwagen. Währenddessen unterhielt er sich kurz mit Mike und einem Mann namens John Rossi. Johnny ging anschließend weiter zum Ablageort und lud die Zeitung in seinen Bollerwagen. Währenddessen Das war wirklich sein Bollerwagen, oder was? Oh mein Gott. Unterhielt er sich kurz mit Mike und einem Mann namens John Rossi, der zu den Jungen dazustieß. John holte für seine beiden Söhne die Zeitung zum Austragen ab. Während des Gesprächs stand John einige Meter von Johnny und Mike entfernt. Und während sie sich noch unterhielten, tauchte plötzlich wieder das Auto auf. Es handelte sich bei dem Wagen um einen hellblauen Fort Vermont. Der Fahrer hielt neben Johnny und Mike und fragte sie, wie man zur 86. Straße komme. Johnny drehte sich sofort zu John Rossi um und bat ihn um Hilfe. Während dieser mit dem Fahrer sprach, sagte Johnny zu Mike, mit diesem Typen stimmt irgendetwas nicht. Ich habe Angst. Schon beim ersten Mal war ihm der Fahrer nicht geheuer gewesen. Und auch Rossi, der später befragt wurde, fand den Mann seltsam. Er sagte, er habe aufgeputscht gewirkt, fast so, als habe er zu viel Kaffee getrunken. Doch da das um diese Uhrzeit komisch wäre, könne er sich auch vorstellen, dass der Fahrer unter Drogen stand. Weiter gab er an, dass der Mann etwa Mitte 40 war und nachdem er ihm den Weg erklärt hatte, die Innenbeleuchtung in seinem Wagen dreimal an- und wieder ausmachte, bevor er anschließend wegfuhr. Johnny hoffte, den komischen Fahrer nun losgeworden zu sein und arbeitete seine Route weiter ab. Zunächst schien auch alles normal zu sein. Johnny trug ein paar seiner Zeitungen aus und bahnte sich seinen Weg durch die Nachbarschaft. Ein anderer Zeitungsjunge berichtete allerdings später, dass er gesehen habe, wie ein fremder Mann zwischen zwei Grundstücken hervorgetreten sei und mit etwas Abstand hinter Johnny herlief. Oh Mann, Digga. Kurz darauf kam Johnny noch zwei weitere Zeitungsjunge entgegen. Sie grüßten ihn und gingen weiter. Die beiden sahen noch, wie Johnny in eine Straße einbog. Es war das letzte Mal, dass jemand Johnny Gosch sehen sollte. Nur wenige Sekunden später hörte ein Anwohner, wie jemand hastig einen Wagen startete und davon fuhr. Er konnte noch aus dem Fenster sehen, dass das Auto viel zu schnell fuhr und ein Stoppschild ignorierte. Bei dem Wagen handelte es sich um einen Fort Vermont. Der Anwohner beschrieb ihn allerdings nicht als hellblau, sondern als silberschwarz. Man muss aber dazu sagen, dass es zum Zeitpunkt der Sichtung gerade mal sechs Uhr und somit noch dämmerig war. Außerdem war das Auto bereits einige Meter entfernt, als der Mann aus dem Fenster blickte. Es gibt also Grund zu der Annahme, dass es sich bei der Sichtung um den gleichen Wagen handelte, der bereits zuvor zweimal bei Johnny anhielt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer Mann mit dem gleichen Modell zur ungefähr gleichen Uhrzeit in der Nachbarschaft West Des Moines umhergefahren ist, ist sehr gering. Das ist nicht sehr gering, Digga, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Um sieben Uhr fünfund... Ja, Bruder, das ist auch schon wieder eine Frage. Welche Eltern lassen ihren Sohn mal wieder um fünf Uhr morgens, wenn der Vater sieht, dass der Junge sich fertig macht, was lässt du ihn da alleine Zeitung austragen? Bruder, ich verstehe es nicht. Ach, Bruder. Kann doch nicht sein, Bruder, der Vater kann das dann doch nicht ihn alleine gehen lassen. In 1440 gingen mehrere Anrufe bei den Goschs ein. Anwohner beschwerten sich, dass sie keine Zeitung bekommen hatten. Leonard machte sich daraufhin auf den Weg, um Johnnys Router abzufahren. Von dem Ford und den Sichtungen wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Dennoch fand er, genau an der Stelle, wo der Ford weggefahren sein soll, Johnnys zurückgelassenen Bollerwagen. Darin befanden sich noch die Zeitungen und auch der Hund der Familie. Bei dem nun folgenden Ablauf widersprechen sich erneut Boah, Fabian. Das ist ein sehr krasser Call. Wenn der Vater immer da war, muss der Typ beim Essen am Abend davor oder so gewesen sein, um ihn genau dann zu packen. Oder es war einfach Zufall, aber es ist halt riesen, riesen krasser Zufall. Aber das ist ein krasser Call von dir, Digga. Sehr gut aufgepasst, ich schwöre. Das war sehr gut aufgepasst. Erneut einige Quellen. So gab Leonard selbst an, dass er direkt im Anschluss nach Hause gefahren sei, Noreen gesagt habe, sie solle die Polizei informieren und dann Johnnys Zeitung ausgetragen hätte. Man geht aber mittlerweile davon aus, dass Leonard erst alle Zeitungen austrug und danach erst, gegen 8.30 Uhr nach Hause gefahren ist und seine Frau über Johnnys Verschwinden informierte. Vermutlich fragt ihr euch, warum es Leonard so wichtig war, die Zeitung auszutragen. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass es in West Des Moines eine recht hohe Strafe für nicht zugestellte Zeitungen gab. So wollte man sicher gehen, dass die Zeitungsjungen ihrem Job nachgingen und die Zeitung nicht einfach in den Müll geschmissen werden. Leonard wollte diese Strafe umgehen. Außerdem fragte er, als er von Haus zu Haus ging, alle Nachbarn, ob sie Johnny gesehen haben. Als Noreen von dem Verschwinden ihres Sohnes erfuhr, alarmierte sie sofort die Polizei. Von dem Zeitpunkt des Anrufs bis zum Eintreffen der Polizei verging eine Dreiviertelstunde. Wichtige Minuten, die man bei einem vermissten Fall nicht unterschätzen sollte. Johnnys Mutter versicherte den Beamten eindringlich, dass etwas Schlimmes passiert sein müsse. Johnny würde nie von zu Hause weglaufen. Doch die Ermittler schenkten ihr nur wenig Glauben. Das Verhalten von Johnny am Vorabend und der plötzliche Wunsch, die Zeitung alleine austragen zu wollen, wären ein eindeutiges Indiz dafür, dass er freiwillig von zu Hause weggelaufen ist. In den 80ern war es in den USA normal, dass bei vermissten Fällen erst nach 72 Stunden ermittelt wurde. Digger, was? Nach fast drei Tagen, überleg mal. Digger. Nach zweieinhalb Tagen. Und so auch bei Johnny. Noreen, die so lange nicht abwarten wollte, begann selbst... Äh, drei Tage, sorry. Drei Tage, sorry. ...nach Zeugen zu suchen. Drei mal 24 ist ja 60, 64, 68, 72. Und machte dabei Mike Saskis, John Rossi, die anderen Zeitungsjungen und den Anwohner, der das Auto wegfahren hörte, ausfindig. Alle Zeugenaussagen existierten und existieren nur so ausführlich, weil Noreen selbst ermittelt und alles dokumentiert hat. Ihre Ergebnisse übergab sie der Polizei. Obwohl fünf Zeugenaussagen auf ein Verbrechen hindeuteten. Oder in drei Tagen, in drei Tagen, Chat, kann man alles machen. Alles. Alles. Johnny von zu Hause weggelaufen ist. Leonhard und Noreen waren empört und enttäuscht. Die Ermittler wussten ganz genau, dass eben diese 72 Stunden die wichtigsten bei einem vermissten Fall waren und dennoch weigerten sie sich, dem Fall nachzugehen. Ja. Erst Yusuf, was geht's? Eine Woche nach Johnnys Verschwinden sollte die erste große Suchaktion stattfinden. Organisiert wurde diese nicht von der Polizei, sondern von Noreen. Aber kurz bevor die Helfer aufbrechen konnten, kam die Polizei dazu. Chief Ermittler Cooney stellte sich auf einen Tisch in der Menge und schrie die Helfer an, dass sie nach Hause gehen sollen. Johnny sei nur ein Ausreißer und sie würden hier ihre Zeit verschwenden. Was? Cooney war bereits bekannt für seine Alkoholprobleme und auch bei diesem Vorfall war er vermutlich betrunken. Dennoch muss man sich die Absurdität der Situation einmal vorstellen, dass die Polizei sich weigert, selbst zu ermitteln und dann eine freiwillige von der Familie organisierte Suchaktion aufhalten will. Ja, what the fuck? Hä? Indem sich der leitende Ermittler, angetrunken oder betrunken, auf einen Tisch stellt und die Helfer anschreit. Nach dem Vorfall legte Noreen Beschwerde gegen Cooney ein und forderte, dass das FBI sich in Johnnys Fall einschalten soll. Doch ihr Antrag wurde abgelehnt. Daraufhin kontaktierte sie selbst das FBI. Doch diesen waren die Hände gebunden, denn sie durften nur ermitteln, wenn die örtliche Polizei sie anforderte. Das FBI kontaktierte sogar die Polizei in West Des Moines und bot ihre Hilfe an. Doch Chief Cooney lehnte das Angebot ab. Wer ist dieser Chief Cooney? Dieser Sheriff, wer ist dieser Chief Cooney? Wie krank ist der denn, Digga? Noch nie sowas gehört. Er sagt sogar einfach nein. Cooney äußerte Noreen gegenüber, dass er nur ermitteln würde, wenn sie ihm beweisen würde, dass ihr Sohn nicht weggelaufen sei. Bei einem Interview sagte Cooney, ich interessiere mich nicht dafür, was Noreen Gosch sagt. Sie geht mir auf die Nerven. Der Sohn ist verschwunden, du Vollidiot. Doch Cooney's Kollegen pflichteten ihm bei, dass die Mutter sehr anstrengend sei. Doch Noreen Gosch interessierte das nicht. Für sie zählte nur, ihren Sohn zu finden. Natürlich. Dafür war ihr jedes Mittel recht. 100 Prozent. So kontaktierte sie kurz darauf die Nationalgarde und bat um Hilfe. Diese besaßen Hubschrauber, mit denen man nach Johnny hätte suchen können. Doch der Gouverneur Iowas lehnte ab und sagte, sie können einen Hubschrauber nur dann haben, wenn sie ihn privat für 800 Dollar die Stunde mieten würde. Nicht einmal vermissten Plakate durfte Noreen aufhängen. Denn das würde laut der Polizei Touristen davon abhalten, die Stadt zu besuchen. Noreen war verzweifelt. Sie fühlte sich hilflos und wusste nicht mehr weiter. In ihrer Machtlosigkeit wandte sie sich an Zeitungen und berichtete von Johnnys Verschwinden und dem Verhalten der Polizei. Für die Journalisten war das ein gefundenes Fressen. Bald hatte fast jede Zeitung einen Artikel über das mysteriöse Verschwinden des Zwölfjährigen und das Versagen der örtlichen Polizeibehörde. Auch im Fernsehen wurden Beiträge über Johnny gezeigt. Daraufhin meldeten sich weitere Zeugen bei Noreen. Diese dokumentierte wieder alle Aussagen ausführlich und übergab sie der Polizei. Digga, ich will das mal ganz kurz noch mal festhalten, Chat. Der Sohn wird entführt. Okay? Und die Eltern dürfen nichts, aber auch wirklich gar nichts dagegen unternehmen? Digga, habe ich das gerade richtig verstanden? So etwas habe ich ja noch nie gehört. Selbst das führte nicht zu einer Aufnahme der Ermittlungen. Es war, als würde Noreen nicht nur gegen die Zeit, sondern auch die Polizei arbeiten. Doch anscheinend war es der richtige Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn irgendwann wurde endlich gegen Chief Cooney dienstrechtlich ermittelt. Man könnte denken, dass der äußere Druck zu groß geworden ist. Aber gegen ihn wurde nicht hauptsächlich wegen Johnnys Fall ermittelt, sondern weil er immer öfter betrunken auf der Arbeit erschien. Außerdem ist anderen aufgefallen, dass er Parktickets von Freunden gelöscht hat und ein Verfahren gegen seinen Sohn einstellen ließ. Des Weiteren hat er sich im Dienst mehrfach rassistisch geäußert. Infolgedessen wurde Cooney entlassen und ein neuer Ermittler übernahm Johnny Goschs Fall. Erstmals wurde in Betracht gezogen, dass Johnny entführt wurde. Nur leider waren seit seinem Verschwinden mittlerweile schon mehrere Monate vergangen. What the fuck? Mehrere Monate? Und die haben nichts gemacht bis dahin. Was? Ist das krank? Ist das krank? Wow. Und die Hoffnung ihn lebendig zu finden Ich schwöre, ich bin baff. Finden war verschwindend gering. Geist ist krank. Das ist wirklich krank. Noreen war glücklich darüber, dass endlich ermittelt wurde. Dennoch wollte sie nicht tatenlos Aber wirklich traurig, was sie da machen, Justin. ...zusehen. Deswegen gab sie weiterhin viele Interviews im Fernsehen. Über die Interviews kamen sie in Kontakt mit anderen Bewohnern West Des Moines, die ihr berichteten, dass fünf Monate vor Johnnys Verschwinden zwei zwölfjährige Mädchen am helllichten Tag in ein Auto gezerrt und entführt wurden. Bis heute fehlt jede Spur von ihnen. Aber es gibt die... Am helllichten Tage. Und ich sage sogar, manche stehen da drum herum und gucken sich das an und sagen einfach nichts. Wisst ihr wahr? Es gibt sogar heutzutage gibt es so Fake-Videos, wo man so tut, als ob man jemanden entführt. Kennt ihr das bei YouTube? Und man guckt, wie die Leute reagieren. Ich schwöre, manche gucken einfach, die machen nichts. Das ist geisteskrank. Stellt mal vor, vor euch wird jemand irgendwie so entführt. Die gucken einfach nur, das interessiert sie nicht. Weil sie sich denken, das ist nicht mein Problem. Das ist so krank. Diese Menschheit ist krank. Die Theorie, dass sie nach Omaha verkauft wurden, dort hätte wohl ein Kinderporno-Ring seinen Hauptsitz. John Rossi, der Zeuge vom Anfang, hatte ausgesagt, dass das Nummernschild des Fords aus Nebraska kam, dem Bundesstaat, in dem sich Omaha befindet. Die besorgte Noreen erhoffte sich durch noch mehr Interviews in dem Fall voranzukommen. Alle Ermittlungserfolge gab es nur wegen ihres Einsatzes. Doch einige Teile der Bevölkerung sahen das anders. Sie waren genervt von Noreen und fanden, dass sie ihre zahlreichen Interviews dafür sprachen, dass sie nur Aufmerksamkeit wollte und nicht wirklich an der Lösung des Falles interessiert war. Aber es gibt viele Hinweise, die beweisen, dass Noreen sehr wohl ihren Sohn finden wollte. So engagierte sie auch mehrere Privatdetektive und einen Phantombildzeichner, der ein Phantombild von dem Fortfahrer anfertigte. Dieses wurde daraufhin in vielen Zeitungen veröffentlicht. Doch niemand schien den Mann zu kennen. Am 2. Oktober 1983, also über ein Jahr nach Johnnys Verschwinden, meldeten sich Polizisten aus Oklahoma bei den Ermittlern in West Des Moines. Sie berichteten von einem Vorfall im März. Da hatte sich eine junge Frau bei ihnen gemeldet, die einen ungefähr zwölf Jahre alten Jungen gesehen habe. Dieser wäre auf sie zugekommen, hätte behauptet, Johnny Gosch zu sein und gesagt, dass er Hilfe bräuchte. Bevor sie weiter nachfragen konnte, seien aber zwei Männer gekommen, hätten ihn gepackt und wären mit ihm weggefahren. Als Noreen davon erfuhr, hatte sie große Hoffnung, dass Johnny noch am Leben war. Warum der Vorfall allerdings erst Monate später an die Polizei in West Des Moines weitergeleitet wurde, ist unklar. Leider führte das auch nicht zu weiteren Fortschritten in den Ermittlungen. Fast zwei weitere Jahre lang kam man nicht voran. Doch im Juli 1985 meldete sich eine Frau aus Sioux City in Iowa bei der Polizei. Sie war in einem Supermarkt einkaufen und bekam als Wechselgeld einen Dollarschein, auf dem geschrieben stand, ich bin am Leben, Johnny Gosch. Zunächst ging man von einem schlechten Scherz aus. Doch Leonard und Noreen bestätigten, dass es sich bei der Schrift um Johnnys Handschrift handelte. Und auch drei Schriftexperten glichen die Schrift ab und kamen einstimmig, unabhängig voneinander zu dem Urteil, dass diese wenigen Worte mit hoher Wahrscheinlichkeit von Johnny selbst verfasst wurden. Doch wo konnte Johnny all die Zeit über sein? Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Oh mein Gott, ich hab grad so Gänsehaut, Digga. Ich habe grad so Gänsehaut. Oh mein Gott. Boah. Pfff. Der Verdacht, dass er von einem Kinderhändlerring verschleppt wurde, verstärkte sich. Es gab mittlerweile auch zwei weitere Vermisstenfälle in West Des Moines, die dem von Johnny sehr ähnelten. Im August 1984 verschwand Eugene Martin ebenfalls beim Austragen seiner Zeitung. Und im März 1986 verschwand der 13-jährige Mark James Warren Allen spurlos. Zusammen mit den beiden zwölfjährigen Mädchen, die ein paar Monate vor Johnnys Verschwinden in ein Auto gezerrt wurden, bestärkte das die Theorie von einer Organisation, die dahinter steckte. Durch die neu geschöpfte Hoffnung begann Noreen noch einmal alle Hinweise genauer zu betrachten. Ihr fiel eine Situation ein, die sich zwei Tage vor Johnnys Verschwinden abgespielt haben soll. Die Familie hätte an diesem Tag ein Footballspiel von Johnnys Halbbruder besucht. Während des Spiels habe Johnny Hunger bekommen und habe sich deswegen Geld geliehen, um sich damit etwas zu essen kaufen zu können. Er ging los und es vergingen fünf Minuten. Digga, man kann einfach junge, äh, also kleine Jungs bis 16, 17 Jahren darfst du die nicht alleine, du musst die halt einfach bei Schritt und Tritt begleiten. Es gibt einfach kranke Menschen auf dieser Welt. Es ist, es ist einfach so. Skyliner, Dankeschön für dein Problem, mein Bruderherz. Vielen, vielen Dank. Ist einfach so. Minuten, zehn, 15 und Johnny sei nicht zurückgekommen. Leonard habe sich auf die Suche nach ihm gemacht und fand ihn nach einiger Zeit unter der Tribüne. Dort habe er sich mit einem Polizisten unterhalten. Nein. Nein. Skyliner, ich danke dir, mein Bruderherz. Checkt die gerade nicht? Der Polizist? Von davor? Nein. 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 der gesagt hat, er will keine Ermittlungen machen. Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich dachte gerade nur, Cooney, genau, Chief Cooney. Nein, oder? Leonard sei dann zu seinem Sohn gegangen und habe ihn wieder mit auf die Tribüne genommen. Es ist nicht bekannt, ob er ihn fragte, was die beiden da gemacht haben. Man weiß nur, dass Johnny wohl genau, der gekündigt wurde, gesagt haben soll, dass es ein sehr schönes Gespräch gewesen sei und die Tage danach ganz angetan vom Job eines Polizisten war. Er hätte sogar geäußert, später einmal unbedingt selbst bei der Polizei arbeiten zu wollen. Und dazu kam das merkwürdige Verhalten von Johnny am Vorabend seines Verschwindens. Der plötzliche Wunsch, die Zeitung allein auszutragen und der regelrechte Abschied von seinen Bruder. Mann, ich habe schon wieder Gänsehaut, ja. Als ob der Polizist ihn sozusagen gelockt hat und gesagt hat, geh morgen alleine Zeitung austragen und ich mache dich zum Polizisten oder irgendwie sowas in der Art. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, habe ich Gänsehaut? Genau, dass der Bulle ihn angestiftet hat sozusagen, mach das alleine. Geh alleine. Und deshalb hat er sich verabschiedet. Wieso macht es keinen Sinn? Natürlich macht es Sinn. Er hat nach Weg gefragt um so einen Wien-Dings da. Krass. Der Vater hat doch gar nicht mit dem mit dem mit dem mit dem Kuni geredet. Und ob er ob er ihn kannte, der Junge? Ach so stimmt, der Johnny Gosch. Ja, vielleicht abgestimmt, vielleicht abgesprochen. Abgesprochen. Kuni und der andere Polizist und der und der im Auto saß. Warum nicht? Wir haben doch davon geredet, dass es eine Organisation ist. Eventuell. Deiner Mutter im Anschluss. Fast so, als hätte er gewusst, dass sie ihm etwas zustoßen würde. Genau, mäßig ist der Polizist, aber nicht Kuni. Plötzlich wurde auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Leonard etwas mit dem Verschwinden seines Sohnes zu tun haben könnte. Warum wollte Johnny so unbedingt ohne ihn losgehen? Außerdem hatte Leonard gesagt, dass er mitbekommen habe, wie Johnny am Morgen seines Verschwindens aufstand und sich fertig machte. War ihm nicht aufgefallen, dass er alleine das Haus verließ? Oder hatte er es ihm vielleicht sogar erlaubt? Doch diese Theorie verlief sich erst einmal im Sande. Zumindest bis zum Jahr 2000. ein Buch mit dem Titel Why Johnny Can't Come Home. Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung war sie bereits einige Jahre von Leonard getrennt. In diesem Buch schilderte Noreen, wie sie das Verschwinden ihres Sohnes erlebt hatte und berichtete von zahlreichen Ereignissen und Ungereimtheiten, die der Öffentlichkeit bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren. Und vor allem machte sie auch Leonard gegenüber große Anschuldigungen. Sie war sich sicher, dass Johnnys eigener Vater etwas mit dem Verschwinden seines Sohnes zu tun hatte. Alle nun folgenden Schilderungen sind von Noreen so in ihrem Buch verfasst worden. Für die meisten davon gibt es keine Belege oder Beweise. Macht euch am besten selbst ein Bild davon, ob ihr Noreen Glauben schenken wollt. So beschrieb sie im Buch zum Beispiel, dass in den Wochen vor Johnnys Verschwinden jeden Sonntag um ein Uhr in der Nacht das Telefon klingelte. Leonard hob stets den Hörer ab und habe nur Wrong Number falsch verbunden gesagt und aufgelegt. Aber genau in der Nacht zu Johnnys Verschwinden habe er das Telefon abgenommen und das nicht gesagt. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich schwöre. Ich muss kurz Lichter machen, es tut mir leid. Es ist mir zu gruselig, ich schwöre. Digger, ich kann nicht mehr, ich schwöre, ich habe wirklich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das war ein Codewort, natürlich. Oh mein Gott. Bruder, er ruft jeden, jeden Sonntag hat er angerufen. Ein Unbekannter. Und er hat jedes Mal gesagt Wrong Number, Wrong Number, Wrong Number. Aber genau an diesem Sonntag, einen Tag, bevor er verschwunden ist, hat er nicht gesagt Wrong Number. Als ob er ihn damit sagen wollte, jetzt kannst du. Verstehst du? Oder ihr? Genau, heute ist es soweit. Jetzt kannst du. Morgen kannst du. Boah, Digger. Ja, das ist jetzt die Frage, warum sein Vater was damit zu tun hat, aber wissen wir ja nicht. Jungs, keine Ahnung, es gibt kranke Menschen. Kann doch sein, dass sein Vater was damit zu tun hat, wissen wir doch nicht. Boah, Alter. Ei, 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 ei. Ach Leute, ich schwöre, Insulitos, es ist eine Sucht und es macht so Spaß. Wirklich, Digger, ich glaube, ich habe lange nicht mal so ein Content gehabt. Mit Fußball-Content, gemischtes, beides, ist wirklich geisteskrank. Wirklich, 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 Digger, wow. Eieiei, ist das wirklich wie, Alter, du sitzt hier, man guckt und, also, also aufmerksam und man ist richtig drinnen in diesen Dingen. Eieieiei, Stattdessen habe er leise geflüstert und immer wieder okay, okay, alright, geantwortet. Das sei der Grund dafür, dass sich Noreen sicher ist, dass Leonard Johnny am nächsten Morgen bewusst alleine losziehen ließ. Und er hat ihn doch morgens gesehen auch. Er hat ihn morgens gesehen und hat nichts gesagt, dass er alleine losgeht. Obwohl er wusste, die Frau will es nicht. Nach Johnnys Verschwinden gab es nachts keinen einzigen Anruf mehr. Noreen war sich sicher, dass Leonard seinen Sohn an einen Kinderhändlerring verkauft hatte. Das passte auch gut zusammen mit den anderen vermissten Fällen zu dieser Zeit in der Umgebung. Ich möchte noch einmal kurz betonen, dass die gesamte nun folgende Theorie mit einem Kinderhändlerring nur auf Mutmaßung aufbaut. Noreen ist zwar überzeugt, dass es sich so zugetragen hat, aber die Polizei sieht und sah dafür keine Anzeichen. Wobei man sich natürlich eingestehen muss, dass die Polizei im Falle von Johnny Gosch einige Versäumnisse und Fehler begangen hat. Aber kommen wir zu den Mutmaßungen. Noreen schildert in ihrem Buch, dass sie Kontakt zu Paul Bonacci hatte. Dieser versuchte 1989 das erste Mal, die Familie zu kontaktieren. Zu diesem Zeitpunkt war er 21 Jahre alt und saß im Gefängnis. Paul hatte sich einige kleinere Delikte wie Diebstahl zu Schulden kommen lassen. Aber er war auch wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Auf seine Aussage hin, dass er Hinweise zu Johnnys Verschwinden habe, kontaktierte Pauls Anwalt die Goschs. Er sollte ihn von dem Leben seines Mandanten berichten. Paul Bonacci hatte in seinen 21... Mann, zeig doch nicht so ein Bild, ich kann es nicht mehr, Mann. ...und sich Jahren schon sehr viel erlebt und durchmachen müssen. Seine Kindheit verbrachte er in verschiedenen Kinderheimen und im Alter von sechs Jahren wurde er dort das erste Mal vergewaltigt. Irgendwann traf er auf einen Mann namens Emilio. Für Paul war Emilio so etwas wie ein heiliger Samariter. Er kaufte ihm alles, was er haben wollte und half ihm, wann immer er konnte. Doch was Paul zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste war, dass Emilio ein Beauftragter eines pädophilen Rings war. Eines Tages nahm dieser Paul mit sich und verkaufte ihn an den Ring. In den nächsten Jahren wurde Paul sehr oft missbraucht und fungierte als Drogenkurier. Dafür verwendete der Ring fast immer Kinder, da diese selten eines Verbrechens verdächtigt wurden. Wenn er nicht gerade Drogen durch die Stadt transportierte, wurde er auf große Partys im ganzen Land gebracht, auf denen er missbraucht wurde. Laut Paul lag der Ursprung des Kinderhändlerrings bei einem gewissen Lawrence E. King, der von allen nur Larry King genannt wurde, und den Ring betrieb. Larry war ein erfolgreicher Geschäftsmann und Politiker in Omaha. Larrys gesamte Vergangenheit und die vielen Mutmaßungen über Menschenhandel, den er angeblich betrieb, würden allerdings den Rahmen dieses Videos sprengen und haben nur wenig mit Johnnys Verschwinden zu tun, weswegen ich das Ganze hier außen vor lasse. Deswegen kommen wir direkt wieder zurück zu Paul Bonacci. Paul behauptete, dass er dem Kinderhändlerring irgendwann zu alt wurde. Von da an wurde er gezwungen, selbst zum Täter zu werden. Gemeinsam mit Emilio zog er los, um Kinder zu entführen. Und jetzt kommen wir eigentlich erst zu der Verbindung zu Johnny Gosch. Denn Paul behauptete auch, dass eines Tages der Auftrag reinkam, Johnny Gosch zu entführen. Daraufhin sei er gemeinsam mit Emilio nach West-Demoyen gefahren und hätte Johnny beim Zeitung austragen entführt. Damit Johnnys Eltern endlich Ruhe finden konnten, bat Paul seinen Anwalt darum, Noreen und Leonard all das zu berichten. Doch als der Anwalt die Goschs kontaktierte, war Noreen gerade arbeiten und er konnte nur Leonard erreichen. Dieser machte sich anschließend allein, ohne seine Frau auf den Weg ins Gefängnis, um mit Paul zu sprechen. In ihrem Buch wirft Noreen Leonard vor, dass dieser ihr nichts von dem Anruf erzählte und sie erst anderthalb Jahre später von Pauls Aussage erfuhr. Wow. Durch Leonards Verhalten sei sie sich nun sicher, dass ihr Mann selbst ein Mitglied in dem Kinderporno-Ring war. Ich check's, Körpi, oder was soll ich sagen? Die Menschheit ist krank. Und man kann sich sehr sicher sein, dass Paul diese Aussagen nicht deswegen tätigte, weil er Aufmerksamkeit haben wollte. Er konnte von Johnnys Mutter mal am linken Arm berichten und wusste, dass er anfängt zu stottern, wenn er sehr große Angst hat. Oh mein Gott. Die waren's einfach. Und der Vater steckt da mit drin. Ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank, Digga? Wow. Das war eine Information, die nur die engste Familie über ihn wusste und die nie in den Medien kommuniziert wurde. Deshalb hielt Noreen Paul für glaubwürdig. Die Polizei wiederum sah das anders. Laut ihnen litt Paul unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung und wäre nicht glaubwürdig. Aber warum soll er denn so eine Detailzahn? Macht doch gar keinen Sinn. Es würde auch keinerlei Hinweise geben, die seine Aussagen untermauern. Doch einige Zeit später wurde Paul aus dem Gefängnis entlassen und erklärte sich bereit, an einer Dokumentation mitzuwirken, die sich um ihn, den Kinderporno-Ring und Johnny Gosch drehte. In der Dokumentation führte er das Kamerateam zu Orten, an denen der Kinderporno-Ring aktiv gewesen seien und die Kinder untergebracht haben soll. Einer dieser Orte befand sich in Sioux City, in einem abgelegenen Farmhaus. Paul stand in der Doku mit dem Team in einem Kellergeschoss und erzählte, dass er und andere Kinder dort früher oft festgehalten und versteckt wurden. Er habe, genau wie einige andere der Kinder, währenddessen seine Initialen in das Holz geritzt. Paul gelang es, den Reportern die Stelle zu zeigen. Und tatsächlich fand man dort Pauls Initial. Das war ein sehr starker Hinweis dafür, dass Paul die Wahrheit sagte. Außerdem erinnern wir uns an den Dollarschein mit Johnnys Handschrift darauf. Auch dieser wurde in Sioux City gefunden. Doch obwohl... Bruder, das ist alles zu viel für mich, ich schwöre. Also ich sage, das ist... Ich glaube, das ist die Top-Folge in Solito. Also Bruder, was hier gerade passiert, alles, das ist... Das ist geisteskrank. Jungs, Musti Eldos, nicht jetzt, ich schwöre nicht jetzt. Nicht jetzt, Jungs. Nicht jetzt. Männer, nicht jetzt. Ich schwöre, das ist gerade... Das ist gerade geisteskrank, was wir hier gucken. Bruder, das ist ja wirklich... Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Nicht jetzt, Männer, wirklich. Das passt gerade gar nicht. Obwohl es so viele Hinweise dafür gab, dass Paul die Wahrheit sagte und Johnny zumindest... Oh, Rainer, mein Bruder, mein Bruder, Dankeschön für 19. Kuss, kuss, kuss. Liebe geht raus. Wenn es zeitweise bei diesem Kinderporno-Ring gewesen ist, schenkte die Polizei ihm keine Aufmerksamkeit. Sie begann auch nicht zu ermitteln und machte nicht die früheren Besitzer des Bauernhauses ausfindig. Mehrere Jahre nach Johnnys Verschwinden fand Noreen einen Brief vor ihrer Haustür. Der Poststempel auf dem Umschlag stammte aus Omaha. Darin befand sich ein Blatt Papier, signiert von Johnny. In dem kurzen Brief schrieb er, dass sie ihm die Haare abrasiert hätten und ihm nicht erlauben würden, jemals wieder nach Hause zu kommen. Er würde sie sehr lieben und sie solle ihn nicht aufgeben. Auch dieses Mal wurde die Handschrift von mehreren Experten mit der von Johnny abgeglichen. Doch dieses Mal war das Ergebnis nicht eindeutig. Die Schrift war sehr ähnlich zu der von Johnny, aber man war sich nicht zu 100% sicher, dass es wirklich seine war. Im Jahr 1999 kam es dann zu einem sehr merkwürdigen Ereignis. Noreen Gosch sagt wegen eines anderen Falles als Zeugin vor Gericht aus. Um welchen Fall es sich hierbei handelt, ist unbekannt und auch nicht relevant. Wichtig ist nur zu wissen, dass Noreen dort gefragt wurde, ob sie Johnny noch einmal nach seinem Verschwinden gesehen habe. Noreen stand unter Eid. Das bedeutet, dass sie sich bei einer Lüge strafbar gemacht hätte. Sie zögerte kurz und sagte dann, dass sie Johnny noch einmal gesehen habe. Auf Nachfrage fühlte sie dann aus, dass vor ein paar Monaten nachts zwei Männer vor ihrer Haustür gestanden hätten. Zuerst habe sie die Tür nicht aufmachen wollen. Doch als sie durch den Türspion schaute, wäre ihr aufgefallen, dass einer der Männer Johnny zum Verwechseln ähnlich sah. Der Mann habe gemerkt, dass Noreen ihn durch die Tür beobachtete und hätte gerufen, Hey, it's me, Johnny. Daraufhin habe Noreen die Tür geöffnet und beide Männer ins Haus gelassen. Johnny hätte nicht gewollt, dass sie das Licht einschaltet. Anschließend habe Noreen sich anderthalb Stunden mit ihrem Sohn unterhalten, während der andere Mann daneben saß und schwieg. Sie hätte nicht viel aus ihm herausbekommen. Er sagte ihr weder, wo er gewesen war, noch was passiert ist. Allerdings bestätigte er, dass alles, was Paul sagte, der Wahrheit entspräche. Zum Abschied habe Johnny ihr eindringlich erklärt, dass sie nie etwas über das Treffen erzählen dürfe, da er sonst in Gefahr geraten würde. Sie bräche ihr Versprechen jetzt nur, weil sie unter Eid stände. Zu dem Zeitpunkt des Besuchs war Johnny bereits seit 17 Jahren verschwunden und schien dennoch am Leben zu sein. Über diese Aussage von Noreen wurde viel diskutiert. Einige sagen, sie hätte sich dieses Treffen nur ausgedacht, um den Fall ihres Sohnes wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Sollte dies wirklich der Grund dafür gewesen sein, dann ist ihr Plan aufgegangen. Denn genau das passierte. Alle Zeitungen und Fernsehsendungen berichteten wieder über Johnny. Es gab und gibt aber keine Beweise dafür, dass dieser Besuch jesu... ...so stattgefunden hat. Aber Noreen hält bis heute daran fest. Im Jahr 2006 lagen vor Noreens Haustür plötzlich mehrere alte Polaroid-Fotos, auf denen mehrere Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren abgebildet waren. Sie alle waren gefesselt und lagen auf einem Bett. Noreen war überzeugt davon, dass es sich bei einem der Jungen um Johnny handelt. Die Polizei, die die Bilder überprüfte, sagte wiederum, dass keiner der Jungen Johnny wäre. Auch hier ist unklar, wie viel dieser Hinweis wirklich mit Johnnys Verschwinden zu tun hat. Es könnte auch einfach sein, dass sich jemand, der von Noreens unermüdlicher Hoffnung wusste, einen makabren Scherz erlaubte. Allerdings wird unter einem Reddit-Beitrag kommentiert, dass alle Kinder auf den Fotos einem gelösten oder ungelösten Verbrechen zugeordnet werden konnten und damit eigentlich bestätigt ist, dass es sich hierbei um einen makabren Scherz handelt. Leider findet man keine genaue Quelle dazu. Aber es wird im Internet immer wieder so rezipiert. Auch die genaue Rolle von Leonard Gosch bei dem Verschwinden seines Sohnes ist unklar. Noreen und er hatten sich Anfang der 90er Jahre scheiden lassen. Später folgten dann Noreens massive Anschuldigungen ihm gegenüber, die sie in ihrem Buch niederschrieben. Darauf möchte ich nun noch einmal genauer eingehen. Am Anfang habe ich euch bereits von den Telefonanrufen erzählt, die regelmäßig in der Nacht zum Sonntag bei den Goschs eingingen und nach Johnnys Verschwinden abrupt aufhörten. Aber es gibt Noreens Meinung nach noch ein paar andere Hinweise, die für Leonard als Mittäter sprechen. Hier möchte ich noch einmal erwähnen, dass all diese Hinweise einzig und allein von Noreen in ihrem Buch getätigt wurden. Es ist nicht geklärt, ob sie wirklich der Wahrheit entsprechen. Noreen nach habe Leonard angeblich im Juni 1982, also drei Monate vor Johnnys Verschwinden, einen Angeltrip mit ihm und seinem älteren Halbbruder geplant. Der Trip wäre sehr spontan gewesen. Und als Noreen ihn dazu fragte, hätte er gesagt, es müsse jetzt stattfinden, weil es vielleicht die letzte und einzige Gelegenheit dazu ist. Ein Monat später befand sich Leonard auf Geschäftsreise in North Carolina. Eines Abends habe er Noreen angerufen und ihr gesagt, dass er sich umbringen wolle, damit er mit der Schuld nicht mehr leben könne. Noreen habe daraufhin die Polizei informiert. Genauer wird diese Situation in Noreens Buch nicht ausgeführt. Aber es wäre sehr verdächtig. Einen weiteren Monat später soll Leonard mit Johnny einen Tagesausflug nach Omaha in Nebraska gemacht haben. Ein aufmerksamer Zuschauer wird sich sicher daran erinnern, dass dies die Stadt sein soll, in der der Kinderhändlerring seinen Hauptsitz haben soll. Außerdem kam laut dem Zeugen John Rossi der hellblaue Ford ebenfalls aus Nebraska. Der Tagesausflug führte Johnny und Leonard zur Offit Air Force Base, einer Militärbasis. Der Ausflug an sich verwirrte Noreen nicht. Das Einzige, was sie stutzig machte, war Johnnys Verhalten, als sie wieder zurück waren. Denn er konnte sich an rein gar nichts erinnern, weder an die Fahrt, noch an den gesamten Aufenthalt in der Militärbasis. Was zunächst auf sie einfach nur merkwürdig wirkte, verwandelte sich mit einem weiteren Puzzleteil zu einem wahrgewordenen Albtraum. Denn Paul Bonacci hat hier Jahre später verraten, wo sich damals der Hauptsitz des Kinderhändlerrings befunden haben soll, nämlich in der Offit Air Force Base. Noreen war überzeugt davon, dass Johnny von Leonhard dahin mitgenommen und betäubt oder unter Drogen gesetzt wurde. Die merkwürdigen Anrufe in der Nacht begannen laut Noreen auch erst unmittelbar nach diesem Tagesausflug. Beweise dafür, dass in der Militärbasis wirklich Kinderhandel oder Missbrauch betrieben wurden, gab es allerdings nie. Paul wiederum behauptete, dass er 1970 im Alter von drei Jahren dorthin gebracht und dort misshandelt wurde. Er sei sich absolut sicher, dass dort der Sitz des Pädophilenrings gewesen ist. Außerdem sagt er bei einem Interview im Jahr 2009, dass ihm Leonard, als dieser ihn im Gefängnis aufsuchte, bekannt vorkam und er vermutet, ihn in den 80ern in der Air Force Base gesehen zu haben. Das sind alles nur Behauptungen. Nichts davon ist wirklich bewiesen. Das Einzige, was man mit Sicherheit weiß, ist lediglich, dass damals ein Mann namens John Joubert als Radartechniker in der Militärbasis tätig war. Dieser wurde später wegen mehreren Morden verurteilt. Er entführte drei Jungen im Alter von 11 bis 13 Jahren, missbrauchte sie und tötete sie anschließend. Einer dieser Jungen war ebenfalls beim Zeitung austragen entführt worden. Geisteskranke Story Auch Noreens und Leonards Ehe wird in ein ganz anderes Licht gerückt, wenn man ihren Schilderungen Glauben schenkt. So schreibt sie, dass Leonard nach Johnnies Verschwinden ständig auf Geschäftsreise gewesen sei und ihr nie sagte, wo er sei. Ja, Bruder, es macht ja alles sowas von Foolsinn. Sowas von krass macht das Sinn. Die haben ihn einfach gelockt mit einem Polizisten und dass Polizei so geil ist. Das war einfach ein Freund von dem Vater oder ein Kollege von diesem Ring da. Das ist so krank. Wie sie ihn kontaktieren könne. Daran wäre letztendlich auch ihre Ehe zugrunde gegangen. Aber bereits zuvor gab es große Probleme. Im August 1984 habe sie mit Leonard eine Veranstaltung besucht. Auf dem Rückweg ins Hotel hätten die beiden gestritten, wobei Leonard sie krankenhausreif geschlagen habe. In der Vergangenheit soll Leonard auch ihr und den Kindern gegenüber bereits mehrfach die Hand erhoben haben. Norenes Bruder bestätigt ihre Aussagen und berichtet sogar davon, wie er seine Schwester an diesem Amt stark verletzt aus dem Hotelzimmer abholte, nachdem diese ihn verzweifelt angerufen hatte. An einem früheren Punkt habe ich bereits erwähnt, dass Leonard anderthalb Jahre geheim hielt, dass er von Bonaccis Anwalt kontaktiert wurde und diesen sogar im Gefängnis besuchte. Doch es wird an dieser Stelle noch mysteriöser, zumindest den Aussagen von Noreen nach. Wie ebenfalls erwähnt, führte Noreen eine Zeit lang sehr viele Interviews und besuchte viele TV-Shows, um mehr Aufmerksamkeit auf Johnnys Fall zu lenken. Für eine dieser Sendungen fuhr Noreen 1997 beim Produktionsteam zu Bonaccis Anwalt. Es war das erste Mal, dass sie dort war. Doch als der Anwalt sie begrüßte, sagte er, Hey Noreen, nice to meet you again. Also, schön dich wiederzusehen. Noreen reagierte verwirrt und fragte ihn, Wovon reden sie? Wir haben uns doch noch nie gesehen. Der Anwalt antwortete, Doch, sie sind doch mit ihrem Mann Leonard Gosch 1988 zu mir gekommen und zusammen sind wir ins Gefängnis zu Paul gefahren. Noreen schritt das weiterhin ab. Der Anwalt holte seine Sekretärin Jane dazu und fragte diese, ob sie bestätigen könne, dass es damals so war und sie mit Noreen und Leonard ins Gefängnis gefahren sind. Jane schüttelte den Kopf und antwortete, Ja, wir sind mit Leonard und seiner Frau dorthin gefahren, aber es war nicht diese Frau hier. Und auch Paul Bonacci sagte später bei seiner ersten Begegnung mit Noreen folgendes, Wir haben uns doch damals im Gefängnis gesehen mit ihrem Mann Leonard, aber er hatte ihnen nicht erlaubt zu sprechen. Dadurch wurde Noreen klar, dass Leonard ihr nicht nur verheimlicht hatte, dass Paul sie kontaktieren wollte, sondern dass er sogar eine fremde Frau dahin mitnahm, die sich als sie ausgab. Noreen schreibt in ihrem Buch, dass es ihr gelang, die Identität der fremden Frau herauszufinden und fügte sogar ein Foto von einer fremden Frau an Leonards Seite ein. Laut Noreen handelt es sich bei ihr um eine Privatermittlerin aus Omaha ihren Namen nennt sie nicht aber kann es noch Zufall sein dass auch diese Person aus Omaha stand angeblich wurde die Frau von der Polizei befragt stritt dabei aber alles ab sogar das Bild von ihr und Leonards sah eine Fälscher Jahre später sagt Noreen bei einem Interview sie habe im Laufe der Zeit 25 Menschen kennengelernt die Leonards mit dieser Frau getroffen haben und sie hätte sich jedes Mal als Noreen bei ihnen vorgestellt auch hier noch einmal der Hinweis dass das alles nur die Aussagen von Noreen sind Leonards sagt über den Podcast Fadeout im Jahr 2018 dass das nicht stimme und er sehr wohl ganz alleine zu Bonacci gefahren sei Doch in Noreens Buch gab es noch weitere Anschuldigungen Leonards gegenüber So schreibt sie dass sie von Bonacci wisse dass Johnny eine Zeit lang mit anderen Kindern in Sioux City in einem alten Farmhouse festgehalten wurde Bonacci hätte auch gesagt dass dieses Farmhouse einem sogenannten Charlie gehöre Noreen war der Nachname nicht bekannt aber sie ließ mit Pauls Hilfe ein Phantombild erstellen womit ein Mann namens Charles ausfindig gemacht werden konnte Dieser Charles wohnte in einem Wohnwagen und hatte ein langes Vorstrafen Register unter anderem auch wegen Kindesmissbrauchs Die Staatsanwaltschaft habe ihn daraufhin mehrere Monate beobachten lassen Dann habe der Staatsanwalt Noreen kontaktiert und ihr mitgeteilt dass Charles bald verhaftet werden würde Zu diesem Zeitpunkt war Noreen noch mit Leonard verheiratet und da sie ihm vertraute gab sie die Information des Staatsanwaltes an ihn weiter Leonard wäre daraufhin aufgebracht weggefahren Ein Männer die Charles beobachteten gesehen hätten wie Leonard ihn besuchte Kurz darauf wäre Charles abgehauen und jetzt hätten sie ihn aus den Augen verloren Noreen wirft Leonard also auch vor dass dieser einen vorbestraften Kinderschänder gewarnt haben soll damit dieser nicht verhaftet wird Aber auch diese Beschuldigung wurde nie offiziell bestätigt In der Summe sind es allerdings sehr Alter ich sage dir ganz ehrlich Bruder jetzt mit dem Hund rausgehen ganz 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 fatal ganz 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 fatal jetzt mit dem Hund rausgehen Bruder weiß ich nicht ob ich das machen würde weiß ich nicht ob ich das machen würde sorry sage ich dir so wie es ist mein Bruderherz Alter krass alter Schwede seit durch läuft sehr gut ich mache einen Schritt zurück 10 Sekunden Kinderschänder gewarnt Kurz darauf wäre Charles abgehauen und jetzt hätten sie ihn aus den Augen verloren Noreen wirft Leonard also auch vor dass dieser einen vorbestraften Kinderschänder gewarnt haben soll Mann der gehört dazu dieser Leonard ist in diesem Ring drin 100%ig und der wollte einfach den anderen auch noch schützen und ihm Bescheid sagen die suchen nach dir und sowas damit dieser nicht verhaftet wird safe aber auch diese Beschuldigung wurde nie offiziell bestätigt in der Summe sind es allerdings sehr viele teilweise sehr stark belastende Vorwürfe die Noreen ihrem Ex-Mann macht ich schwöre ich hab das Gefühl Noreen ist einfach ganz klar und die weiß ganz genau was abgeht 8 ob ihr alle davon glauben wollt ist euch selbst überlassen wer weiß vielleicht lebt der immer noch der Typ der Junge Johnny Gosch 1982 18 50 60 sowas keine Ahnung und damit sind wir am Ende des heutigen Videos also also Chat ich muss wirklich mal sagen also diese Folge die hat ehrlich krass ich sage das war die krasseste Folge die wir bis jetzt gesehen haben wow wow und nochmal wow also wirklich krank 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 davon muss mich erstmal jetzt irgendwie so ein bisschen muss erstmal ein bisschen kurz runter kommen was war das gerade ei 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 Chat für mich war es das für heute nein 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 ich bin voll kaputt meine beine sind voll k.o. wir machen morgen weiter nein nicht mehr heute nicht mehr Chat morgen ok morgen k.o.